Du isst gar kein Fleisch. Korrekt. Speck? Nein. Wurst? Nein. Huhn? Nein. Steak? Nein. Speck? Immer noch nicht. Gulasch? Nein. Eier? Nein. Fisch? Nein. Käse? Nein. Joghurt? Nein. Speck? Glaubst du, ich merke das nicht? Schrimps? Nein. Leberkäse? Nein. Stelze? Nein. Speck? Und woher bekommst du dann deine Proteine? Bohnen. Und deine Omega-3-Fettsäuren? Algen. Und dein Eisen? Rote Beete. Und dein Vitamin B12. Woher bekommst denn du dein Vitamin B12? Und dein Kalium? Selen? Zink? Kupfer? Mangan? Molybden? Huhn? Fruchtzwerge?